Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video haben wir sehr viele Fragen zum Thema Zahlen, also alle möglichen Maße, die du wissen musst, Geschwindigkeiten, Höhen und so weiter. Und da will ich dir mal einen kleinen Einblick heute geben. Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen? Wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht ist. Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 Meter nicht mehr als 50 Zentimeter hinausragt. Genau, also die untere Antwort ist richtig, das musst du dir merken. Nach vorne über das Fahrzeug maximal 50 Zentimeter. Und das geht auch nur, wenn du die Ladung höher als 2,50 Meter anbringen kannst. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 Meter Sicht. Wie schnell dürfen sie höchstens fahren? Also, wenn du bedingt durch Nebel nicht weiter als 50 Meter sehen kannst, dann musst du ja die Nebelschlussleuchte anschalten. Und wenn du die Nebelschlussleuchte anschalten musst, dann darfst du auch nicht schneller als 50 kmh schnell fahren. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Okay, du kannst ja in der Prüfung nach 5 Formeln gefragt werden. Welche das sind, findest du im Fragenpaket, im Videokurs. Das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. In dem Fall geht es um den Anhalteweg. Der Anhalteweg setzt sich ja zusammen aus dem Reaktions- und dem Bremsweg. Der Reaktionsweg bei 100 kmh, das sind 100 geteilt durch 10 mal 3, also sprich 30. Und eine normale Bremsung wäre Geschwindigkeit geteilt durch 100 mal Geschwindigkeit geteilt durch 100, also sprich in Summe 130 Meter. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? Genau, haben wir ja gerade gesagt. Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10, also sprich ebenfalls 100. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Also ich erkläre es mal ganz kurz, weil die Fragen, diese letzten drei Fragen, die stehen im Zusammenhang. Zu der ersten nochmal ganz kurz. Hier wird gefragt, also ich erkläre es nochmal ganz deutlich, weil sowas anscheinend für viele Leute sehr schwer ist. Ich lasse es nochmal ganz kurz vorlesen. Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Also, du hast immer eine Sekunde Reaktionszeit. Das ist so der Durchschnitt. Also sprich, es passiert irgendwas und du musst reagieren und in dieser Zeit, das sagt man, ist ungefähr eine Sekunde vergangen. Gut, eine normale Bremsung, da gibt es auch einen Unterschied zwischen einer Gefahrenbremsung und einer normalen Bremsung. Wie gesagt, das erkläre ich dann alles im Videokurs. Und hier geht es um den Anhalteweg und der setzt sich zusammen aus dem Reaktionsweg, Reaktionszeit, Reaktionsweg, in dem Fall 30, wie man es ausrechnet, wie gesagt, Videokurs. Und der Bremsweg, 100 kmh, Bremsweg, normale Bremsung. Und beides zusammen ist dann der Anhalteweg und deswegen kommt dann 130 dabei raus. Dann gibt es noch andere Sachen, wie bei einer Gefahrenbremsung. Und ja, also wie gesagt, das sind fünf Formeln und daraus kannst du dann eigentlich, also ich reduziere das dann im Kurs auf drei runter und mit denen kannst du dann eigentlich alles ausrechnen, mit drei Formeln. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Okay, jetzt geht es wieder um den Anhalteweg. Bei 50, 50 geteilt durch 10 mal 3 sind 15. Und eine normale Bremsung, also 50 geteilt durch 10 mal 50 geteilt durch 10 und 25. 25, das haben wir gesagt, 15 sind 40. Lass mich jetzt keinen Scheiß erzählen. 25, ja genau, 40. Also einfach beides zusammen ist dann der Anhalteweg. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? Genau, jetzt wird jeder hier nur nach dem Bremsweg gefragt. Und das haben wir ja davor schon ausgerechnet, also 50 geteilt durch 10 mal 10 mal 3. Und dann hast du den Bremsweg, Entschuldigung, Entschuldigung, was ich gesagt habe, war der Reaktionsweg. Also 50 geteilt durch 10 mal 50 geteilt durch 10 sind 25. Und das ist der Bremsweg bei einer normalen Bremsung. Dann kann auch gefragt werden bei einer Gefahrenbremsung. Vielleicht kommt es später noch. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Und die Reaktionszeit verändert sich nicht. Der Reaktionsweg und die Reaktionszeit ist von dir abhängig. Da gibt es manche Faktoren beim Bremsweg, was es beeinträchtigen kann. Die Ladung, das Fahrzeug, die Fahrbahn, ja. Aber die Reaktionszeit, das ist, also wenn du zum Beispiel müde bist, dann ist natürlich der Reaktionsweg und die Reaktionszeit länger. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. Wie lang darf ihr Anhalteweg höchstens sein? So, Achtung. Es geht um eine schmale Straße. Das bedeutet, wenn der Gegenverkehr, also, es gehen wir mal davon aus, die Straße ist so schmal, dass nur ein Fahrzeug da durchfahren kann. Sprich, wenn im Gegenverkehr auch einer kommt, dann müssen ja beide, bevor sie zusammenkrachen, noch stehen bleiben können. Und deswegen werden wir 25 Meter angeben. Okay, 50 Meter sind wir voneinander entfernt. Da sehen wir uns dann praktisch. Und deswegen dürfen wir maximal jeweils 25 Meter Anhalteweg haben. Wie lautet die Faustformel, um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und asphaltierter Fahrbahn auszurechnen? So, Achtung, hier ist die Rede von einer Gefahrenbremsung und da ist dann die richtige Antwortmöglichkeit die zweite hier. Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10 und das Ganze nochmal durch 2. Sie fahren 40 Kilometer pro Stunde. Bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg ca. 8 Meter. Wie lang ist der Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 Kilometer pro Stunde? Also, eine Gefahrenbremsung. Ja, gut, das rechnet jetzt nicht aus. 50, okay, also geht um den Bremsweg. Es geht nur um den Bremsweg, alles klar. Also, nehmen wir die 50 geteilt durch 10, dann haben wir 5 und das Gleiche nochmal, sind 25 und 25, da es eine Gefahrenbremsung ist, durch 2, dann kommen wir bei 12,5 Meter raus. Das ist praktisch diese Formel hier gewesen. Okay, Gefahrenbremsung, da oben steht es nochmal. Was ist bei Kopfstützen zu beachten? Sie werden werkseitig optimal eingestellt. Auf den Rücksitzen ersetzen sie den Sicherheitsgurt. Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen. Okay, ich hoffe, das ist klar. 1 und 2 ist Quatsch. Nummer 3 ist richtig. Du musst ja auch vor jeder Fahrstunde die Kopfstütze neu einstellen. Während der Fahrt leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte ständig. Was müssen sie tun? Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen. Eine Werkstatt aufsuchen. Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist. Ich glaube, dass ich diese Frage damals in meiner Theorieprüfung hatte. Und ich war natürlich Anfänger, hatte keine Ahnung. Und was mir am logischsten vorkam, ich habe nämlich damals drei Fehlerpunkte gehabt. War Airbag-Kontrollleuchte voll gefährlich und so. Wenn da was passiert, dann stirbst du ja vielleicht. Und ich habe angekreuzt, ich habe das Schlimmste angekreuzt. Und zwar das Fahrzeug sofort aus dem Verkehr ziehen. Und das war zu übertrieben. Jetzt weiß ich, dass die Airbag-Kontrollleuchte gelb leuchtet. Und gelb ist so, ja, such mal demnächst eine Werkstatt auf. Wenn sie rot, also wenn dieses Lämpchen, was aufleuchtet, rot wäre, dann ist es eine andere Sache. Dann ist es ein schwerwiegender Fehler. Und du solltest das Fahrzeug gleich stehen lassen. Aber bei einer gelben Kontrollleuchte schaust du, dass du demnächst eine Werkstatt aufsuchst. Genau, und ich habe die erste Antwort da angekreuzt gehabt. Das hat mir dann drei Fehlerpunkte eingebracht. Ja, egal. Drei Fehlerpunkte. Jetzt weiß ich es. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen? Durch spätes Zurückschalten. Durch frühes Hochschalten. Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich. Also fahren mit hoher Drehzahl, nie gut, um Kraftstoff zu sparen. Das ist nur gut, um gut beschleunigen zu können. Frühes Hochschalten, klar. Denn durch frühes Hochschalten vermeide ich den hohen Drehzahlbereich. Spätes Zurück... Moment, 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 Moment. So, jetzt hätte ich fast was Falsches angekreuzt. Spätes Zurückschalten. Klingt ein bisschen komisch, ist aber richtig. Denn umso höher der Gang ist, desto geringer ist auch die Motorbremsleistung. Das heißt, wenn du jetzt in einem hohen Gang einfach vom Gas runter gehst, rollt das Auto ohne Kraftstoff zu verbrauchen weiter, als wenn du früher runterschaltest, also in einem niedrigeren Gang fährst. Denn da wirkt die Motorbremse stärker und das Auto kommt schneller zum Stehen, beziehungsweise wird früher langsamer und du musst dann wieder beschleunigen. Wodurch kann Lärm vermieden werden? Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden. Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten oder Halten. Durch Fahren mit hoher Drehzahl. Ja, also sicher wäre das Gleiche. Hohe Drehzahl ist nicht nur hoher Kraftstoffverbrauch, sondern natürlich auch hohe Lärmbelästigung. Abschalten des Motors, klar. Starke Beschleunigung, das geht ja zusammen mit der hohen Drehzahl. Wodurch wird vermeidbarer Lärm verursacht? Achtung, vermeidbarer Lärm. Also sprich, zum Beispiel bei der ersten Antwort hier. Durch Hupen bei Gefahr. Hupen bei Gefahr, das ist ja kein vermeidbarer Lärm, das ist ja sehr wichtig und dementsprechend kreuzen wir das nicht an. Durch Fahren mit defekter Auspuffanlage. Ja. Durch Spielen mit dem Gas im Stand. Genau, also was zwingend notwendig ist, wäre nicht vermeidbar, aber es wäre zum Beispiel vermeidbar, ja, einfach so zum Spaß aufs Gas drauf zu drücken oder mit kaputter Abgasanlage zu fahren. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden? Damit ist gemeint, ja, auch starke Beschleunigung. Weil der entstehende Lärm andere belästigt. Weil dadurch die Hinterradbremse stark belastet wird. Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht. Genau, also höhere Lärmbelästigung und Reifenverschleiß. Natürlich, Bremse beim Losfahren eigentlich nicht, es sei denn, du bleibst auf der Bremse stehen beim Losfahren. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, also kreuzen wir die zweite Antwort nicht an. Wie können Sie nach einem Kaltstart die Umwelt und den Motor schonen? Ja, das ist auch sehr wichtig, denn viele Leute machen das nämlich falsch. Kein Gas geben, Motor im Stand warm laufen lassen. Das ist eine der dümmsten Sachen, die man mit einem Verbrennungsmotor machen kann. Den im Stand, im Leerlauf bei kaltem Motor, bei kaltem Öl einfach so stehen lassen. Das ist das Schlimmste, was du machst, oder eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst. Denn, stell dir mal vor, im Winter sieht man das ja ganz häufig. Die Leute gehen raus, schalten den Motor an und dann gehen sie raus und kratzen das Auto. Währenddessen läuft der Motor im kalten Zustand, ohne richtige Schmierung, ohne Temperatur. Und du hast einen sehr hohen Verschleiß und natürlich auch einen hohen Kraftstoffverbrauch. Okay, geschenkt. Aber mir würde es einfach wehtun, weil der Motor damit unglaublich geschädigt wird. Stell dir mal vor, also die machen das ja, weil sie der Meinung sind, dass sie den Motor warm laufen lassen wollen. Also wenn sie in ihr Auto kratzen und einsteigen, denken sie, sie steigen in ein warmes Auto ein. Also Pustekuchen, wie lange brauchst du fürs Auto kratzen? Fünf Minuten, danach ist der Motor genauso kalt wie davor. Also du wirst keinen merklichen Unterschied merken. Stell dir mal vor, du stellst dich bei minus 10 Grad mit deiner Jogginghose und vielleicht einem Pulli draußen in die Kälte. Und jetzt läufst du im Leerlauf, indem du einfach nichts tust. Du stehst einfach nur so da. Rate mal, wie lange du da warten musst, bis dir warm wird. Ja, ewig. Dir wird einfach nicht warm. So, und jetzt als Gegenbeispiel, rennst du einmal um den Block. Und dann kommst du wieder an und dann schaut das Ganze schon anders aus. Dann bist du warm. Aber die fünf Minuten, wo du da in der Kälte gestanden bist, das ist absoluter Quatsch gewesen. Du hast dir halt den Arsch abgefroren. Ja, toll. Ohne warmlaufen lassen des Motors, mit niedriger Drehzahl losfahren. Genau, also gleich losgehen, die gleich eine Runde spazieren, um den Block vielleicht etwas, dass du halt auf Touren kommst. Nicht übertreiben, also nicht gleich Vollgas rennen. Das ist natürlich auch blöd, aber gleich los. Mehrmals im Stand Gas geben, um rasch die günstige Betriebstemperatur zu erreichen. Ja, okay, also das war das, was ich gerade erklärt habe. Nicht sofort voll aufs Gas, sondern einfach losfahren. Was können Sie am Reifen kontrollieren? Oh, das ist auch was, was der Prüfer immer vor der praktischen Prüfung haben möchte. Die Profiltiefe. Das Alter des Reifens. Die gleichmäßige Abnutzung des Profils. Ja, da ist alles richtig. Profiltiefe am TWI zum Beispiel. Da ist so ein kleiner Hügel im Profil eingearbeitet. Da kannst du die Profiltiefe checken, ob die noch ausreicht. Alter des Reifens auch. Da ist ein, ja, da habe ich bestimmt auch mal ein Video dazu gedreht. Da ist eine Stelle auf dem Reifen, da steht DOT. Und dahinter ist eine Ziffer, eine vierstellige Ziffer in einem, ja, in so einem Kasten drinnen. Und da steht dann das Alter der Reifen drin, also das Herstellungsdatum. Und dann musst du halt schauen, welches Datum heute ist und wie alt der Reifen ist. Und die gleichmäßige Abnutzung des Profils ist auch wichtig. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann weißt du, dass mit der Einstellung irgendwas nicht in Ordnung ist. Wann müssen Bremsbeläge erneuert werden? Wenn sie verölt sind. Also, wenn sie nass geworden sind, natürlich nicht. Ja, das passiert ja in Deutschland relativ häufig, dass die bei Regen nass werden. Wenn sie verschlissen sind, klar, brauchst du neue. Achtung, wenn sie verölt sind, dann brauchst du auch neue. Denn wenn du Öl auf der Bremsscheibe hast und auf den Bremsbelägen, dann kann die Bremse natürlich nicht mehr dementsprechend zupacken. Und das wäre sehr, sehr gefährlich. Und Öl kriegst du da so schnell nicht weg. Gleich nach dem Losfahren machen sie eine Bremsprobe. Warum? Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen. Das kann der Prüfer übrigens auch von dir verlangen. Um die Bremsanlage schnell zu entlüften. Also, Quatsch. Du willst die... Verzeihung. Du willst die Wirkung der Betriebsbremse prüfen. Bremsanlage entlüften. Kompletter Quark. Da ist gar keine Luft drinnen. Da ist eine Hydraulik, also eine Bremsflüssigkeit. Und das, was du so zischen hörst, wenn du draufdrückst im Stand, also wenn der Motor aus ist, das ist das Vakuum im Bremskraftverstärker. Und das ist, ja, kompletter Quark. Warum muss die Bremsflüssigkeit nach Anweisung des Fahrzeugherstellers ausgetauscht werden? Weil die Bremsflüssigkeit Wasser zieht mit der Zeit. Und, ähm... Ah ja, gut, das steht ja eh hier. Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird. Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt. Damit die Bremsanlage nicht undicht wird. Also mit dicht und undicht hat das Ganze nichts zu tun. Es geht um das Wasser in der Bremsflüssigkeit. Da Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, bedeutet, es zieht die Umgebungsfeuchtigkeit an. Und dadurch kann die Bremsanlage hohe Belastungen eventuell nicht mehr aushalten. Ich glaube, so alle zwei Jahre muss die ausgetauscht werden. In welchen Fällen ist eine Bremsprobe unerlässlich? Nach längerer Standzeit eines Fahrzeugs. Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs. Nach jedem Motorölwechsel. Also mit dem Motoröl hat die Bremsflüssigkeit nichts zu tun. Wenn du ein Fahrzeug von jemand anderem entgegennimmst, klar, ich weiß ja nicht, wie der mit seinem Fahrzeug umgeht. Und wenn ich nach längerer Standzeit mit dem Fahrzeug fahre, klar, ich weiß ja nicht, was mit dem Fahrzeug in der Zeit alles passiert ist. Worauf müssen Sie in regelmäßigen Abständen die Reifen Ihres Fahrzeugs überprüfen? Auf richtigen Luftdruck. Auf äußere Beschädigungen. Auf ausreichende Profiltiefe. Richtig, richtig und richtig. Welche Folgen kann zu hoher oder zu niedriger Luftdruck in den Reifen haben? Der Reaktionsweg kann sich verlängern. So, aufpassen, das habe ich ja vorhin erklärt. Der Reaktionsweg hat absolut nichts mit dem Fahrzeug zu tun, sondern mit dir selbst. Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern. Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen. Genau, die letzten beiden sind richtig. Fahrbahn. Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern. Das kennst du vielleicht vom Fahrrad. Wenn da zu wenig Luft drin ist, dann fährst du wie, also sehr schwammig. Und der Reifenverschleiß kann sich erhöhen. Das ist auch richtig. Denn wenn du zum Beispiel zu wenig oder zu viel Luft im Reifen hast, dann verändert sich die Auflagefläche des Reifens. Und der wird auch anders abgefahren, der Reifen. Sie sind mit einem Reifen heftig gegen ein hartes Hindernis gefahren. Was müssen sie tun? Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen. Auf jeden Fall. Die Radschrauben nachziehen. Du hast im Reifen eine sogenannte Karkasse. Das ist ein Metallgeflecht, welches auf gar keinen Fall beschädigt werden darf. Dann kann es natürlich auch sein, dass du einen Teil des Reifens so kaputt gefahren hast. Also so ein Stück Gummi praktisch rausgeschnitten hast am Randstein oder sowas. Und ja, also es wäre beides sehr gefährlich. Auf jeden Fall einfach Reifen und Felge überprüfen oder überprüfen lassen. Radschrauben wüsste ich jetzt nicht, warum. Was geschieht, wenn sie mit wesentlich zu niedrigem Reifen Luftdruck fahren? Der Reifenverschleiß nimmt ab. Die Fahrstabilität nimmt ab. Die Reifen erhitzen sich übermäßig. Also, Stabilität haben wir gesagt, wie beim Fahrrad auch. Wenn du zu wenig Luft im Reifen hast, fährst du sehr schwammig. Der Reifen kann sich sehr stark erhitzen. Und zwar liegt es daran, dass wir wie gesagt eine Karkasse im Reifen haben. Also, du musst bedenken, der Reifen so ist er relativ weich. Das ist ja Gummi. Das ist auch gut so. Und damit das Gummi nicht rumflattert bei hoher Geschwindigkeit, hast du dann auch ein Metallgeflecht drin, welches das Gummi zusammenhalten soll. Und wenn du wenig Luft im Reifen hast, dann biegt sich der Reifen ja die ganze Zeit. Das ist die sogenannte Walkarbeit, nennt man das. Und wenn Metall sich biegt, dann erwärmt es sich. Und das sorgt dafür, dass auch die Luft im Reifen sich erwärmt. Und dass der Reifen dann auch platzen kann. Und hier geht es ja einfach nur um die Hitze im Reifen. Und wie gesagt, das entsteht durch dieses Walken. Also, wenn zu wenig Luft im Reifen ist, dann kann er sehr heiß werden. Also, 2 und 3 sind richtig. Was kann die Ursache für den Ausfall eines Schlusslichtes sein? Sicherung durchgebrannt. Glühlampe defekt. Anlasser defekt. Also, der Anlasser, das hat mit dem Motor zu tun. Also, sprich, mit dem Licht überhaupt nichts. Glühlämpchen, ja, Sicherung natürlich. Wie zu Hause halt auch. Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich schneller als üblich. Welche Ursache kann vorliegen? Der Blinkerschalter ist defekt. Eine Glühlampe ist defekt. Die Glühlampe ist defekt. Das ist beabsichtigt. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Irgendwie ein Auto, was komischerweise so ganz schnell blinkt. Und das ist, ja, wie gesagt, so beabsichtigt, damit man auch gleich selber merkt, dass ein Lämpchen zum Beispiel durchgebrannt ist. Schalterdefekt? Nee. Wenn er schalterdefekt ist, sollte eigentlich gar nichts mehr gehen. Warum muss eine durchgerostete Auspuffanlage unverzüglich repariert werden? Ganz kurz, lustige Geschichte. Ich habe mal eine Fahrschülerin gehabt. Also du musst ja beim Auto die Grundvoraufgabe rückwärts rechts um die Ecke machen. Also sprich, du stehst in einer Straße und musst dann rückwärts rechts in eine andere Straße einfahren. Und dann habe ich eine Fahrschülerin von einem Kollegen bekommen, weil er gerade irgendwie, ich weiß es nicht, krank oder im Urlaub war oder so. Und die hatte halt am nächsten Tag Prüfung. Und dann sitze ich da mit ihr im Auto und sage zu ihr, ja, jetzt machen wir mal die Grundvoraufgabe und fahr doch mal rückwärts rechts hier um die Ecke. Und dann setzt sie halt den Blinker und ich schaue so rechts aus dem Fenster und ich sehe halt rechts nichts blinken. Also wenn du rechts fährst, dann musst du halt auch rückwärts rechts den Blinker setzen. Und ich höre zwar den Blinker ticken, aber ich schaue aus dem Fenster und blinkt halt rechts nichts. Und dann sage ich zu ihr, ja, du weißt schon, dass du rechts blinken musst, gell? Und sie dann so, ja, ja, klar. Ich sage, hm, dann setz doch mal den Blinker rechts. Ja, habe ich. Und dann schaue ich rüber und tatsächlich hat sie den Blinker nach rechts reingedrückt. Das Auto hat aber links geblinkt. So, und dann haben wir das Ganze nochmal ausprobiert, nochmal. Und dann sind wir schon ein bisschen in Panik geraten. Also, ja, sie hat ja am nächsten Tag Prüfung gehabt und auf einmal blinkt das Auto in die falsche Richtung. Und das hat sich über die Fahrt dann weitergezogen. Wenn sie links geblinkt hat, dann ist er rechts angegangen, manchmal auch nicht, manchmal, also total verrückt. Und da muss halt wahrscheinlich irgendwas mit dem Schalter kaputt gewesen sein. Wir sind dann direkt in die Werkstatt. Da hat dann der Mechaniker einfach so ein bisschen rumgespielt und dann ging es auf einmal wieder. Aber das war schon eine komische Situation, ja, so einen Tag später Prüfung und auf einmal macht das Auto, was es will. Das habe ich auch noch nie erlebt bis dahin. War auf jeden Fall sehr witzig. Ja. Warum muss eine durchgerostete Auspuffanlage unverzüglich repariert werden? Wegen der Lärmbelästigung. Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen können. Weil der Motor sonst zu heiß wird. Eins und zwei ist richtig mit dem Motor, sodass er zu heiß wird. Das hat nichts damit zu tun. Klar, wenn die Abgasanlage defekt ist, dann ist es natürlich lauter. Und ja klar, wenn sie kaputt ist, dann können auch Teile auf die Fahrbahn fallen. Warum nicht? Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun sie? Auspuffanlage überprüfen. Nichts, weil niemand gefährdet wird. Motorluftfilter erneuern. Also der Luftfilter kann tatsächlich was mit der Geräuschentwicklung zu tun haben. Allerdings erneuern, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also wir gehen mal von der Abgasanlage aus und die lassen wir dann prüfen. Genau. Woran kann es liegen, wenn die Hupe nicht funktioniert? Betätigungseinrichtung der Hupe defekt. Sicherung durchgebrannt. Anlasser defekt. Ja, also wie gesagt, mit dem Anlasser, der lässt halt den Motor an. So, fertig. Hat nichts mit der Hupe zu tun. Oder was wir vorhin hatten mit dem Blinker oder so. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen sie tun? Bremse reparieren lassen. Fahrzeug sofort abstellen. Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt. Also, da hast du ein Problem mit der, ja, mit der Bremse. Machen wir es mal ganz einfach. Und natürlich musst du die Bremse reparieren lassen und das Fahrzeug sofort abstellen, weil wenn mit der Bremse etwas nicht funktioniert, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Was tun sie? Bremsflüssigkeit erneuern. Unverzüglich reparieren. Die Bremsflüssigkeit hat nichts mit der, mit der Beleuchtungseinrichtung zu tun, sondern das muss ein, ja, technischer Defekt sein, also irgendwas elektronisches oder mechanisches und deswegen kreuzt das erste nicht an, dementsprechend dann nur das zweite. Woran können sie während der Fahrt eine defekte Blinkleuchte erkennen? Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht erkennbar. Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich. Genau, haben wir ja vorhin besprochen. Also, die Frequenz muss dann stark von der normalen abweichen. Das hört man auch im Fahrzeug drinnen, dass es einfach schneller tickt. Sie fahren bei Dunkelheit mit Abblendlicht. Entgegenkommende blenden auf und ab. Was kann das bedeuten? Also sprich, sie geben dir die Lichthupe. Die anderen fordern sie auf, Fernlicht einzuschalten. Ja, die fordern dich wahrscheinlich eher auf, dass du das Fernlicht wieder ausschalten sollst, weil du es vergessen hast und sie aus Versehen blendest. Die Leuchtweitenregelung an ihrem Fahrzeug ist nicht dem Beladungszustand angepasst. Die Scheinwerfer ihres Fahrzeuges können falsch eingestellt sein und blenden. Okay, also pass auf. Wenn das passiert, dass dir entgegenkommende Fahrzeuge die Lichthupe geben, dann ist das meistens gut. Also entweder steht irgendwo ein Blitzer oder deine Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr. Das kann entweder sein, weil du aus Versehen das Fernlicht noch anhast, was jetzt hier keine Antwortmöglichkeit ist. Aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel so viel Zeug im Kofferraum hast, dass das Fahrzeug hinten eintaucht und du den Gegenverkehr mit deinem Abblendlicht blendest. Deswegen muss die Leuchtweite dem Beladungszustand angepasst werden. Die Scheinwerfer des Fahrzeugs falsch eingestellt. Okay, ja, kann natürlich auch sein, dass es aus irgendeinem Grund, vielleicht hast du mal einen kleinen Unfall gehabt oder sowas, die Scheinwerfer sind falsch eingestellt und damit blendest du auch den Gegenverkehr. Das ist natürlich von dir unabsichtlich, aber der Gegenverkehr wird halt darauf dann geblendet. Und das sagen sie dir eventuell mit der Lichthupe. Genau, das ist mit gemeint. Ja, gut, das waren wieder 36 Fragen für heute. Dann, wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Es kommen natürlich noch weitere Videos, bis wir alle 1124 Fragen durchgemacht haben. Lass dementsprechend ein Abo da, damit du keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten, wenn du noch Fragen, Probleme mit den Fragen und den Antworten hast, die einfach zu lernen oder zu verstehen, dann empfehle ich dir das Fragenpaket, also mit dem Videokurs unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag wieder, 17 Uhr auf meinem Kanal. Bis dann. , down are. Vielen Dank. Vielen Dank.